moin moin und herzlich willkommen zum geburtstagsvideo für meinen kanal ein jahr und deshalb brennt hier auch schon die kerze auf dem simulierten kuchen gibt es den kanal jetzt und ich wollte mit diesem video einfach mal danke sagen und dem kanal natürlich eine kleine kerze mit kuchen überreichen und für euch die möglichkeit bieten einmal kurz zurück zu gucken dafür gibt es heute mal keine hardcore körper aber ein dickes dickes dankeschön an alle von euch und ganz vorneweg natürlich an den kino denn der kino ist quasi derjenige der schuld ist dass ich mit dem kanal hier angefangen habe an die vielen lieben dank für die inspiration danke für die idee mit dem kanal anzufangen und natürlich ein ganz ganz großes dankeschön an alle zuschauer und abonnenten dafür dass ihr dem kanal im letzten jahr so die treue gehalten habt oder den kanal gefunden habt egal ob jetzt seit einem jahr dabei seid oder eben erst seit ein paar tagen und für alle von euch die die länger dabei sind als kleinen nostalgischen rückblick und für die neuen von euch um einmal zeitraffer zu sehen was im letzten jahr passiert ist gibt es jetzt als kleines dankeschön einen kurzen zusammenschnitt dafür was im letzten jahr gelaufen ist und ich wünsche euch viel spaß beim anschauen und ich freue mich auf das nächste auf das zweite jahr und überlegt mir dabei mal wie ich jetzt zwei kerzen sauber montiert bekomme in diesem sinne vielen dank fürs zuschauen mein name ist robert und tschüss moin moin mein name ist robert und wir starten heute mit dem ersten teil aus der neuen tutorial serie für den carrier mode im körper space program moin moin und willkommen zur ersten folge der kerbin space academy moin moin und willkommen beim let's play hacknet moin moin und willkommen zu take on mars moin moin liebe leute und willkommen in dieser neuen video serie zum kerbel hard mode moin moin und willkommen beim kerbel modding mittwoch moin moin und herzlich willkommen zum freitagabend live stream so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.